Das hündische Herz Ein dumpfer, durch Zimmerdecken und Teppiche ein wenig besänftigter Choral erklang von oben und von der Seite. Philipp Philippowitsch läutete, hereintrat Sina. »Sina Lein, was hat das zu bedeuten?« »Die haben schon wieder eine Generalversammlung einberufen,« gab Sina zur Antwort. »Schon wieder,« rief Philipp Philippowitsch wehmütig aus. »Nun, wie ich sehe, geht das jetzt so richtig los. Und das Kalabuchow-Haus ist verloren. Alles wird wie am Schnürchen laufen zunächst, jeden Abend Kammerchor, dann krepieren im Klo die Rohre, dann platzt der Kessel der Dampfheizung und was weiterkommt, kennen wir schon. Das Kalabuchow-Haus kollabiert.« »Sie sehen die Dinge viel zu negativ,« Philipp Philippowitsch, erwiderte ihm der angeknabberte Schöning. »Die aber haben sich radikal geändert.« »Ja, mein Bester, ich rede erst gar nicht von der Dampfheizung. Davon rede ich nicht. Von mir aus eine gesellschaftliche Revolution. Was soll denn auch groß geheizt werden?« Doch ich frage mich, als diese Geschichte begann, wieso haben da alle angefangen, in schmutzigen Galoschen und Filzstiefeln Marmorstufen hinauf zu marschieren? Wieso müssen Galoschen bis zum heutigen Tag hinter Schloss und Riegel aufbewahrt werden? Mit davor aufgestellten Wachposten, damit sie ja keiner stibitzt. Wieso wurde von der Vorderstiege der Teppich entfernt? Hat etwa Karl Marx höchstpersönlich verboten, Teppiche auf Stiegen auszurollen? Sagt Karl Marx irgendwo in seinen Schriften den Eingang Nummer zwei des Kalabuchhofs auf der Pritschistenka zunageln, bis auf weiteres um den Block herumlaufen und durch den Hinterhof eintreten? Wem hilft es? Wieso kann ein Proletarier seine Galoschen nicht unten lassen, sondern muss stattdessen den Marmor verdrecken? Der hat doch unter uns gesagt, überhaupt keine Galoschen. Na und ob! Natürlich trägt er inzwischen Galoschen, und zwar meine! Das sind exakt dieselben Galoschen, die am 13. April des Jahres 1917 verschwanden. Frage? Wer hat sie denn mitgehen lassen? Ich? Unmöglich! Der Großbürger Sablin? Philipp Philippowitsch zeigte mit dem Finger auf die Zimmerdecke. Eine drollige Annahme! Der Zuckerfabrikant Poloschow? Philipp Philippowitsch wies zur Seite. Auf gar keinen Fall! Wieso, zum Teufel, nahmen sie dort die Blumen fort? Wieso muss die Elektrizität, die Gott strafe mich, wenn ich Falsches behaupte, in 20 Jahren zweimal ausfiel, seit Neuestem mit peinlicher Genauigkeit einmal im Monat ausfallen? Das ist halt der allgemeine Verfall. Was ist denn Ihr allgemeiner Verfall? Eine Alte mit einer Krücke? Eine Hexe, die sämtliche Scheiben einschlägt, die sämtliche Lampen zum Erlöschen bringt? Die ist ein Produkt Ihrer Fantasie. Was meinen Sie bloß mit diesem Wort? Ich sage Ihnen, was das ist. Wenn ich jeden Abend, anstatt zu operieren, in meiner Wohnung Hymnen singe, kommt es bei mir zum allgemeinen Verfall. Beginne ich in unserem Klosett, – bitte verzeihen Sie den Ausdruck – an der Schüssel vorbei zu urinieren, anschließend auch Sina und Daria Petrovna, kommt es im Klosett zum allgemeinen Verfall. Folglich steckt der allgemeine Verfall nicht in den Klosetten, vielmehr in den Köpfen. Und wenn diese Heldentenöre brüllen, Krieg dem allgemeinen Verfall, da kann ich darüber nur herzlich lachen. – Jawohl, ich lache mich krank! Denn es bedeutet, dass jeder von Ihnen sich selbst auf den Hinterkopf eindreschen müsste. Und wenn er dann alle Halluzinationen aus sich herausgedroschen hat und damit beginnt, den Stall auszumisten, was seine eigentliche Arbeit wäre, hört der allgemeine Verfall schlagartig auf. Man kann nicht zwei Herren auf einmal dienen. Man kann nicht Trambandschienen fegen und zugleich das Schicksal von irgendwelchen zerlumpten Spaniern bestimmen. Das Kunststück ist noch keinem gelungen, geschweige denn Menschen, die ganz Europa um 200 Jahre hinterherhinken und sich erst langsam daran gewöhnen, überhaupt eine Hose zu tragen. Er könnte auf Meetingsmoneten verdienen, träumte der Rüde matt vor sich hin, ein meisterhafter Geschäftemacher übrigens. Sie reden da konterrevolutionäres Zeug. Ich sehe da keinerlei Gefahr, versetzte hitzig Filip Filipowitsch. Auch keinerlei Konterrevolution. Apropos, noch so ein albernes Wort. Mir ist völlig schleierhaft, was es bedeuten soll. Weiß der Kuckuck. Und darum sage ich, meine Reden enthalten nicht die leiseste Spur dieser elenden Konterrevolution, nur gesunden Menschenverstand und eine Menge Lebenserfahrung. Werde ich heute Abend noch gebraucht, Filip Filipowitsch? Nein, ich danke Ihnen, mein Bester. Wir wollen den Feierabend genießen. Erstens, das Kaninchen ist tot. Zweitens, im Balzhoi gibt's heute Aida. Hab ich schon lange nicht mehr gehört. Sie erinnern sich? Allein das Duett. Wie schaffen Sie das nur zeitlich? Sprach vor Bewunderung der Arzt. Für jenen, der niemals in Eile ist, spielt die Zeit eben keine Rolle. Ich werde zum zweiten Akt hinfahren. Bin nämlich ein Freund von Arbeitsteilung. In Balzhoi singen Sie, ich operiere. Fein. Wo bleibt da der allgemeine Verfall? Folgendes. Ivan Arnolovic, Sie sollten trotzdem gut aufpassen. Wenn der Tod eintritt, schnell weg vom Tisch. In die Nährflüssigkeit und zu mir. Keine Sorge, Filip Filipowitsch. Die Pathologen haben es mir versprochen. Fein. Und inzwischen werden wir diesen Straßeneurastheniker beobachten. Waschen. Soll ihm erst einmal die Seite verheilen.